Die letzten Wochen waren wirklich schön hier, ne? Ja. Viele neue Leute kennengelernt. Im Großen und Ganzen doch ganz gut. Hart aber lustig irgendwo. Mein Name ist Fabian Kröger und ich komme aus Kirchlingern. Ja, ich bin der Stefan aus Bartölz. Ja, mein Name ist Michael Strotmann und ich komme aus Hasewinkel. Ich heiße Marvin Meier, bin aus dem Harz. Mein Name ist Hüseyin Kavak und ich komme aus Frankfurt am Main. Woher kommst du nochmal? Aus Landsberg. Wann hat es dir dein Weg gelohnt? Ja, es war weite Anreise, aber hat sich gelohnt. Also definitiv kein Kindergeburtstag, ne? Also da darf man sich nichts vormachen. Mit dem Alter habe ich mich halt nach neuen Tätigkeiten irgendwo gesehen, wollte mich beruflich weiterentwickeln. Deswegen dachte ich, war der Meister einfach für mich der logische Schritt. Ja, was hat dich motiviert, den Meister hier zu machen? Ja, mich hat motiviert, dass ich halt weiterkommen möchte. Die Schule ist sehr gut, also uns hat es richtig gefallen. Aber du Respekt dann? Ja, Armin. Es ist machbar, es ist möglich, es macht auch Spaß, aber man muss selber was tun. Alles passt, Organisation, alles super. Die Partys waren sehr gut. Also vier Monate, der Glanz ist stoff, man schreibt die gleiche Prüfung, das ist schon nicht ohne. Und wenn man das dann schafft und hinter sich hat, dann kann man schon sagen, dass man was geleistet hat. Ja, also ich bin hier auf der Basis, dass ich nie auf meinem Berufsstand des Industriemechanikers allein bleiben will, sondern mich auch weiterbilden möchte. Ja, was nimmst du denn so nach den 16 Wochen mit? Ja, ich habe natürlich viel dazugelernt, viel hinsichtlich Personalführung und sozialen Kompetenzen. Und man hat sich so super eingelebt, also die Klassengemeinschaft, die war eigentlich echt super. Ja, wir haben viele neue Leute kennengelernt, bleiben immer in Kontakt, können uns austauschen. Also von dem her, alles super. Ja, was man auch sagen kann, glaube ich, ist, dass man mit den Dozenten ziemlich zufrieden sein kann. Also da hat man sich schon richtig gut aufgehoben gefühlt. Also das ist meine Meinung. Ja, auf jeden Fall. Und das verging alles sehr, sehr schnell. Man hat gar nicht gemerkt, wie schnell das alles rumging. Ich kann es nur empfehlen. Man bleibt im Arbeitsverhältnis bestehen. Man hat die Chance, seine Firma freigestellt zu werden, das durch Urlaub oder Überstunden auch auszugleichen. Die Unterrichtsgestaltung finde ich auch sehr gut. Kann ich gerne bei mir arbeiten kommen. Echt? Ja. Vitamin B. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Große Bereicherung. Auch wenn man jetzt fünf Kilo mehr hat oder so, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Cut. Da gibt es auf jeden Fall einen Daumen. Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.